Die Schüchtermann Klinik Bad Rotenfelde, ein integriertes Herzzentrum im Süden Niedersachsens. Gerade Herz-Kreislauf-Erkrankungen können viele Ursachen haben. Sie zu ermitteln und zu behandeln ist unsere Aufgabe. Bei uns werden Patienten von der Prävention über die Behandlung bis zur Rehabilitation nahtlos und umfassend versorgt. Und das ohne die Klinik wechseln zu müssen. Der Unternehmer Heinrich Schüchtermann legte mit der Gründung seiner Familienstiftung im Jahr 1895 den finanziellen Grundstein für die heutige Klinik. Sie umfasst die Fachabteilungen Herzchirurgie, Kardiologie, Anästhesie und Rehabilitation und zählt zu den größten und modernsten Herzzentren in Deutschland. Einer der Garanten für eine besonders gute Erholung ist die Lage der Klinik in einem der schönsten Kurorte Deutschlands. Europas größtes Gradierwerk sorgt für wohltuende Luft beim Spazierengehen. Der Kurpark, Geschäfte und Cafés laden zu einem Bummel durch Bad Rotenfelde ein. Eine Klinik, in der sich das gesamte Team zum Ziel gesetzt hat, unsere Patienten mit hoher Fachkompetenz, langjähriger Erfahrung und menschlichem Einfühlungsvermögen optimal zu versorgen. Daran arbeiten wir jeden Tag. Von Herzen gern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017